Hey, Sal. Das haben wir doch alles bestimmt schon 50 Mal. Und wir haben es noch 50 Mal, wenn es dann sein muss. 9.30 Uhr. Licht aus. Die Wache hat rot gegangen. Wie geht's uns denn heute, Ferguson? Familie gesund? Alles prächtig, Mr. DeLuca. Mein Sohn Tommy ist fast sechs jetzt. Wie die Zeit vergeht. Hey, Finn. Ein heißer Tipp fürs Rennen am Samstag. Ich bin schon dran. Jetzt gerade. Bringst du ihn zum Schweigen? Oder muss ich das tun? Du kennst die Regeln, Hanson. Klappe halten. 9.35 Uhr. Das Wiesel fängt mit seinem üblichen Lied und Tanzen an. Verdammt, Arlington! Holen Sie schnell den Ball! Wieder falscher Alarm. Hilfe! Sobald das Wiesel die Schlüssel hat, gehen wir über zu Phase 2. Dann mal los. Bitteschön, Leute. Mit bestem Dank an die Privatsammlung der Wache. Warum da ist die Jungs in der Wäscherei? Da kannst du einen drauf lassen. Was zum Teufel? Der war tot. Du warst viel zu lang in der Zelle, Al. Du weißt nicht mehr, wie man das mag. Ja! Was zum Teufel? Das stimmt was nicht. Hier geht was echt seltsames vor. Sag los, Wiesel. Komm, diese Scheuer hier! Ich mache nicht mehr, meine Wache! Ich mache mein Wалось! Oh, Schatz! Untertitelung des ZDF, 2020 Jaaah!